Zerforsparltox hier, alte Fortbyte Herausforderung, Fortbyte Nummer 11 und zwar lautet die Quest So finden im Dschungel unter einem kreisenden Papagei und das ist genau hier östlich von Pressure Plant, hier an der Himmelsplattform, vielleicht mal meine Map zu machen, hier östlich von der Himmelsplattform, da ist es so ein alter Fortbyte, wie ich gerade schon im anderen Video gesagt habe, den zeige ich euch hier, habe ich gestern leider nicht geschafft, tut mir leid, wenn es euch trotzdem geholfen hat, lasst ein Like da, schaut in der Beschreibung vorbei, da ist der Link zu unserem Instagram und ciao.